Willkommen Leute zu einem Desperado PvP Event hier. Wir sind hier mal diesmal mit Corona im Team. Hallöchen. Hallo, na? So, da vorne sind auch schon welche. Wir sind gerade noch ein bisschen confused. Auf meinem Kanal ist es auch das erste Mal, dass ich hier ein PvP Event bringe. Das liegt einfach daran, dass ich die anderen so ein bisschen verkackt hatte und sie nicht hochladbar waren. Oh, ich glaube, wir haben beide Flu getroffen. Echt? Ich habe gar nichts getroffen. Doch, doch, doch. Da hat auf jeden Fall gerade einer. Ich habe nicht mal geschossen. Okay, dann hat irgendjemand anderes kassiert. Warum hinterher? Ähm, können wir eigentlich machen, ja. Also für die, die das nicht kennen, kannst du mal kurz erklären. Ich team jetzt hier quasi mit Nexo. So, ähm, weil so als kleiner Vorgeschmack auf unser... Oh, oh, ich wurde getroffen. Auf unser anstehendes Varro-Team. Mhm. Alter, ey, ich bin richtig low. Ich bin zweimal getroffen jetzt. Lass mal wieder ein bisschen abhauen hier bei dir. Oh, oh, scheiße. Ich bin auch fast down. Komm mal zu dir ins Haus, dann können wir ein bisschen campen. Ja, warte. Ich gehe nach unten. Ich habe noch eine Geheimtür. Okay, die kommen hoch, glaube ich. Ich lade nach. Na, ich weiß nicht, ob die sich trauen. Na, ich glaube, die bleiben lieber unten. Sie kommen hoch. So, ich habe einen getroffen von denen. Ich verschand mich mal jetzt hier. Das Problem ist echt, wir sind so ein bisschen getrennt jetzt, ne? Die können ja zu zweit auf einen... Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Einmal. Ich habe aber nur noch ein Herz. Scheiße, da kommt Dizzy. Das bist du, ne? Ja, das bin ich. Moment. Wir müssen zusammenbleiben, ne? Aber die sind beide auch nicht mehr so full, glaube ich. Okay, ich habe einen getroffen. Nice. Mega nice. Er hat übel reingehauen, glaube ich. Aber ich bin auch voll low. Hab ihn. Schlüppi oben. Hat zehn kassiert. Äh, hat acht kassiert. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss wieder weg. Boah, ne, ich muss auch weg. Fuck. Ah, verdammt, ey. Wo bist du jetzt hingegangen? Ah, dahinten, okay. Das ist Bescheid. Ah, Nexo. Ah, nein, fuck, ich bin down. Oh, Mist. Nein, als erster. Als erster. Ah, das war ärgerlich. Ja, das war alles ein bisschen ungünstig, Leute. Ich muss mich jetzt leider hier verabschieden. Ich kann gleich noch ein bisschen mit euch talken. Aber ich muss mich im TS kurz muten. Und, äh, so. Wo ist es? Viel Spaß noch, Nexo. Ah, Nexo ist auch raus. Okay, gut, dann können wir noch ein bisschen, bisschen talken hier. Ja, scheiße, Nexo. Wir waren die Ersten, oder? Waren wir die Ersten? Ja, wir waren die Ersten. Ähm, gut, ärgerlich. GG an Schlüppi und Better Not Games. Die haben aber auch, ich war permanent irgendwie immer low. Die waren immer doch, obwohl wir sie getroffen haben, immer irgendwie full live. Scheiße, Nexo. Wenn, wenn das mal kein böses Ohm für Varro ist. Näh. Na, da spielt man ja nicht mit so einer behinderten Muskete. Also bei Varro spielen wir nicht mit solchen komischen... Ja, genau. ...die da 10 Sekunden brauchen zum Laden. Ah, gut. Leute, ähm, warte, wann kommt das PvP-Event? Das kommt am Samstag, oder? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich habe mich hochgeladen. Theoretisch, wenn ihr dieses PvP-Event am Samstag seht, ja, dann schaut auf twitch.tv slash nexotech.hd vorbei. Denn dort gibt es einen kleinen 12 oder... Ne, 10 sind es ja, nur noch 10 Stunden Stream vom lieben Nexo Tech. Und da bin ich auch ein bisschen mit dabei. Und dann trainieren wir ein bisschen für Varro. Also, wenn ihr Bock habt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Und, ja, willst du noch irgendwas sagen? Nö, ich bin hier fertig für die... War sehr enttäuschend. Es hat mich trotzdem gefreut, Nexo. Yo. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau.